Wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Freunde der Sonne, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Part von Life is Strange 2. Was soll ich sagen? Wir haben einen sehr erdrückenden Moment erlebt. Trüffel wurde leider von einem... was war das? Von einem Raubtier random in einem Wald angegriffen und leider getötet, weshalb wir Trüffel schon relativ früh auf unserer Reise verloren haben. Und ich habe wirklich null damit gerechnet, dass wir Trüffel überhaupt verlieren. Ich dachte, das wäre jetzt so ein ständiger Wegbegleiter, aber leider müssen wir Trüffel jetzt begraben. Es ist heftig, wie viel bedrückende Sachen in diesem Spiel oder generell in dem Leben von den beiden aktuell passieren. Das ist es. Es ist bulls**t. Wir können nicht sogar büren sie. Well... Unless du willst etwas sagen. Uh... Goodbye, Mushroom. Oh, Bruder, warum beginnt der Part denn schon so emotional? Oh, Bruder, warum beginnt der Part denn schon so emotional? And... I'll never forget you. Never. Danke, leb wohl, Ruhe in Frieden. Danke. Thank you, Mushroom. For looking after us in these woods. You won't be forgotten. Sean. Do you think she's up in heaven? With dad? Nee, ja. Alter, was wäre ich denn für ein Hund, wenn ich sagen würde... Nö. Ja. Ja. I'm sure he will look after her. Wait. What about his allergies? Don't worry, you know. There's no allergies up there. They'll be fine together. Süß. Die Hundeallergie, die ballert. Okay. We should go. It's getting late. Okay. Also, wir hatten noch nie einen Hund. Ich hab das immer nur bei anderen Hundebesitzern mitbekommen. Wenn man den eigenen Hund verliert, ist das schon echt heavy. Weil, so ein Hund wird halt irgendwann Teil zu deiner Family, ne, ist ein Teil deiner Familie. Und man, es ist so, als ob man einen Familienmitglied verlieren würde, wenn ein Hund stürmt. Deswegen, also, einen Hund zu haben, ist bestimmt super cool. Ich weiß aber nicht... Wie, wie es mir gehen würde, wenn sowas passiert. Ich setze beide Sie in charge. Of the house mushroom. So long, my dudes. Alright. Etwas Zeit konnten sie dort verbringen. Weit und breit, mitten in der Pampa. Keine Zivilisation, kein Mensch. Und jetzt geht die Wanderung weiter. Mal gucken, wo der Weg uns weiterhin hinführen wird. Let's go. Ich find's schön, weil ab jetzt ist wirklich alles komplett blind. So, von der ersten Episode kannte ich ja ein bisschen. Aber das ist wirklich komplett neu für mich. So, und da geht die Monetarisierung wieder flöten. Muss man immer wieder erwähnen. Aber egal, dann machen wir sogar mal ein bisschen lauter hier. Ich bin ein bisschen lauter hier. Ja, die Lieder in Life is Strange werden ja immer an die Situation angepasst, wurde mir mal im ersten Teil so runtergeschrieben und es passt hier auch schon wieder. Was auch immer mit dieser Brücke passiert ist. Zwei Tage sind die beiden unterwegs, meint der ja. Also schon. Musik 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 Sehr atmosphärisch bisher, der... Das zweite Kapitel. Beaver Creek Woher kommt sie? Musik Boah, vor allem mitten im Winter unterwegs zu sein. Musik 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 www. Musik Musik Knulls, okay. Digga, das ist die Holdemite, die dem Nachbarn angeboten hat, den Kind zu helfen. Wenn irgendwas sein sollte. Okay. Da warst du noch flüssig. Merry Christmas. Komm her. Lass mich dich anschauen. Wow, ihr wart ein paar Tage unterwegs. Ey, ich bin ein bisschen nervös, weil ich nicht einschätzen kann, was genau jetzt hier in diesem Haus passiert. Okay, es hat noch keiner aufgemacht. Aber wir haben ja auch schon in diesem Mini-Spin-Off-Game gesehen. Wir hören es ja. Sorry, wir wollen keinen von... Hi. Hallo, Claire. Sean? Oh, mein Gott. Ist das Daniel? Was ist passiert hier? Ich habe gehört... Schau, wer hier ist. Nach all dieser Zeit. Nach all dieser Zeit. Was zur Hölle machst du hier? Steven, watch your mouth. Wow. It's kind of a long story. Oh, you poor thing. You know, he's sick, right? Yeah. Okay. Inside. Both of you. Alle beide. Ja, mal gucken. Also, von mir aus, ich würde die ganze Wahrheit erzählen. Also, ich würde Daniels Kräfte jetzt aus dem Spiel lassen. Wie soll man das erklären? Aber alles andere? Safe. Hoffentlich haben wir die Möglichkeit, alles zu erklären. Boah, das muss ja so befriedigend sein, jetzt in so einer warmen Butze zu sitzen. Mit einem schönen Tee. Merry Christmas. Ich denke mal, das sind die Eltern von der Mom von den beiden, wo wir bisher noch nichts irgendwie rausgefunden haben. Immer nur in ein, zwei Nebensätzen. Hi, Meister. Ist es warm genug für dich? Oh, ja. Es fühlt sich schön und tostlich. Ich habe Daniels ein bisschen Kaufe-Medizin gegeben, aber du solltest du ihm besser um ihn gehalten haben. Er könnte es besser gewesen sein. Du bist glücklich. Steven, kann ich mit dir sprechen? Gute Großeltern. Fuck. Habe ich einen Fehler gemacht, dass hier hier kommt? Das werden wir gleich herausfinden, aber wir hatten erstmal keine andere Wahl. Es fühlt sich so wunderschön, hier zu sein. Das glaube ich. Und dieses Gemälde da. Guck mal. Alright. Jo, das kenne ich. Das hatte ich gestern Abend im Stream. Die Luxusprobleme. Fragst erstmal nach, was passiert ist. Ja, die haben den Fall mitbekommen und sie hat ganz kurz gesagt, was, wenn ich wirklich schuldig bin und in deren Haus penne? Dann meinte Steven aber so, yo, wir fragen erstmal besser nach. Okay. 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 You all right, honey? You want more tea? Thanks. I'm good. Well, Shawn, do you want to talk about... The police called us a few weeks ago. They're looking for you as suspects in a homicide. Now, if you want us to help you, did you hurt that police officer in Seattle? Verfluchter Schwachsinn. Ich will nicht fluchen. Ernsthaft? Ich weiß nicht. Ja, eigentlich haben wir ja nichts getan. Aber ich will auch nicht so überreagieren. Oh, sweetie. Wir sind so sorry for what happened to your father. But... Why did you run away if you're innocent? Um Daniel zu beschützen. I didn't want Daniel to see Dad. Like that. I felt like I had to protect him. I understand. But... You know the police would separate us. Maybe forever. Daniel would end up in foster care. You can't be sure, Shawn. Anyway, at least you've managed to come here alive. We're glad you two are okay. I hate to think what could have happened to both of you. You need to think of long-term solutions now. I tried. I swear. But I can't do everything. So... What are your plans? Runter... Lassen uns was ein... Runter nach Mexico. Du, einfach offen und ehrlich sein. Go down to Mexico. To Puerto Lobos. Dad has a family house there. Und... You can't run away from the law, like... Fugitives. How can you look out for your brother, if you're both running from the police? You two are gonna stay with us. Oh, Steven. Maybe we should... After your mother left. Dad never really wanted us in your life. Aber warum? Welchen Grund? Why? We're still part of our family. And... We wanna prove it. Okay? Keine Angst. Danke. Danke. Okay. Seriously? That's... Really nice, Steven. Thank you. Okay. But we have to lay down the rules of the house. No mess. No noise. Or no service. The biggest rule is keep your heads low around here. Beaver Creek is small. And nosey. And nosey. And nosey. And... We can stay? Serious? Awesome! Oh, Sean! Guess what? There's a huge model train upstairs. Hey! You're supposed to be resting, young man. Yeah. Yeah. Yes, he is. But he seems better already. Anyway, you and Daniel will stay here. At least until Daniel is better. We'll see what happens next. Boah! Mal gucken, was wir als nächstes entscheiden dürfen. So, I bet you're hungry. Let me fix you something. Boah! Krass! Sehr, sehr krass. Aber ich bin umso froher, äh, happier, ja, dass wir dieses Mini-Game zwischen uns gespielt haben. How do you feel? Superwolf. Way better. It's nice and warm in here. And the food? Yum. Yeah. Feels good. Feeling better? You look cozy. Yeah. Du hast nicht geklopft. I love that bed. Mhm. Thanks, Grandma. Good. Your temperature is down. I'm way better now. You still need to take it easy. How about if we say a little prayer and give thanks? It's like a bedtime story, right? Well, this is a bit like this, I guess. Except the story comes from up there. The ceiling. So, are we ready to pray? Just follow my lead. Sure. Das wäre, das wäre asozial, wie ich finde. Sure. Doch welche? We need all the help we can get. Can you ask the blessed dad? And Sean. And Sean. And Mushroom. And you and Grandpa. And, uh, everybody else. Oh, my. You are so sweet. Thank you, Lord, for bringing Sean and Daniel safe and sound into our house. Take care of Esteban and, uh, Mushroom. Please, give us the strength to get over the hardships of the past and the trials yet to come. Amen. 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 Okay. It's bedtime. Try to get some rest. You still need it. And no roughhousing in here. No worries. We're too tired. Good night. Oh, and thanks again. Good night, Grandma. Yeah, it's vor allem eine schwierige Situation, Daddy. Also, ich meine, ne, Daniel sieht seine Oma zum allerersten Mal. Sean hat seine Oma Ewigkeiten nicht gesehen und dementsprechend ist die... Connection so ein bisschen anders. And the bathroom. I hear that. Plus you don't smell anymore. Whatever. Well... Claire seems pretty caring. And nice. I guess Steven is too. I hope we'll be fine here. I think so. Is Steven your... Neuer Freund? And the more important thing... Is you'll have time to get better. Sean? Are we in Mom's old room? Nah, I don't think this is the one. Not from what I remember. But it's been a while. Could we... Check it out tomorrow? Maybe find some of her stuff? Nie im Leben? Why? Why would you want to do that? I just don't know anything about her. Daniel, I understand. But we need to focus on where we are now. And where we're off to. Mom left us. She made her choice. We gotta make ours. And we can't keep going back. Wahre Worte. Wahre Worte. Wahre Worte. I guess. Hey man. You've been doing so great with your... Well... You know. I was wondering... How do you do it? Was genau? Tut es weh? Fühlst du dich stark? So wie Tony? Ha 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 ha. Wait. Does it hurt? Nah. It's kinda itchy though. And exhausting. Sorry. Anyway. Remember the rules, right? We really don't want Claire or Stephen to start asking questions. I know, I know. Don't show, don't talk. Just keep that in mind and... Everything should be fine. Yep. Also, so kriegen die da unten echt noch einen Anfall, wenn die das sehen sollten. Mal gucken, ob im Hauptgame der Nachbarsjunge rankommt. Boah. Good night, boys. Hoffen wir mal. Dass der nächste Tag besser wird. Aber das war ja erstmal ein guter Abend. Beaver Creek, Oregon. Eine Woche später. Okay. Sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen heimischer aus. Okay. So. Welcome to the new room. Das äh... Jo. Das glaube ich. Bandana. From Mushroom, ne? Jo. Der war halt in einem sehr, sehr wichtigen Zeitpunkt da. I don't even know how Beaver Creek looks like. We're not allowed to get out. Naja, verständlich. Die Leute haben wahrscheinlich die Nachrichten gesehen. Und da ist das Haus von dem kleinen Jungen. Und die da unten haben auf jeden Fall sehr viel Spaß gerade. Das ist cool. Claire dug this up for us. That's such a baller in his suit. Ach, guck mal. Das Hochzeitsbild. Wie cool. Das ist sehr, sehr cool. This... This is pretty good so far. I love that Steven only has crime and train books. Hat Stil. So. Kate H. Elkin, verborgene Mäuse. Tschüss. So, was haben wir je noch so wunderbares Kleidung. Geil. Aber ey. Die Unterhose hat Stil. Digga, was geht in der Nachbarsroom vor sich? Alright. I'm allowed to go out now. Ah. Ich verstehe. Schlafanzug. Daniel looks like a total thug in his new pajamas. Safe, oder? Hat schon swag. Can't believe we actually spent the month out there by ourselves and survived. Bro, du hast richtig, richtig guten Job gemacht, man. So, was haben wir denn? Ach, Digga. Diese gruselige Puppe. Viel zu gruselig. Dämonenblondine. Weltalltaucher haben wir hier noch. Und die Feldflasche, die wir ja auch zum Überleben gebraucht haben. Ich würde mir ganz gerne die neuen Seiten hier reinziehen. Ah, guck mal. Das waren hier die... Okay, okay. Du hast Glück diesmal. Das waren die Spielergebnisse. Daniel krank. Ah, das hatten wir schon. Deswegen geht es hier jetzt weiter. Riesiger Fortschritt. Bewegender Stein. Daniel geht schlechter. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. Das haben wir gemalt. Scheiße. Tut mir leid, Welpe. Jo. Definitiv. Was denn das ist? Was ist das? Brennend kalt. Ich musste Daniel über drei Kilometer weit tragen. Niemand hat angehalten, um uns zu helfen. Was stimmt nicht mit diesen Leuten? Ja. Keine Ahnung, Alter. Dan geht's besser. Er futtert wie ein Scheuendrescher. Schätze, das ist gut. Wir hängen viel mit, ne? Claire und Steven roomen. Echt merkwürdig nach all diesen Jahren. Sie führen einen Eiertanz auf, um nicht über Seattle zu reden. Oder Karen. Ein riesiger Elefant folgt uns überall hin. Unhöflich. Achso, ein riesiger Elefant. Ich verstehe. Claire Reynolds, Steven Reynolds. Reynolds Regeln. Reynolds Regeln. Diskretion. Nicht das Haus verlassen. Abschaltung. Kein Telefon. Kein Internet. Tägliche Hausarbeit. Hausaufgaben für Daniel. LMAO. Viel Glück damit, Claire. Langweil mich zu Tode. Dankbar hier zu sein. Aber ich muss raus. Muss darüber nachdenken, was als nächstes kommt. Ain't no chill for the wicked. Okay. Und. Ganz schön krass. Safe Call. Was hat Daniel inzwischen in seiner Tasche? Okay. Nix Neues. Tagebuch. Die Karte. Schade, dass wir das Handy nicht mehr haben. Ohrenschützer. Wer weiß, so mitten in der Nacht. Boah, eines Tages müsse man nochmal zu dieser Hütte hin. Weltallspielzeug. Daniel. 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 Sehr gut. Hundertprozentig. Nach all den Dingen, die passiert sind. Hundertprozentig. Aber. Freunde der Sonne. Ich glaube, das war mal wieder. Ein sehr, sehr. Krasser Part. Und das ist richtig, richtig schön. Es war ein ziemlich krasser Part, wo sehr viel passiert ist. Wir haben es erfolgreich zu unseren Großeltern geschafft, beziehungsweise zu Claire und Steven, der sehr, sehr süße Maus. Und von daher mal gucken, wie sich jetzt unser Leben hier in dieser Hütte entwickeln wird. Ich habe immer noch so ein sehr mulmiges Gefühl, weil ich dem Ganzen irgendwie nicht traue, beziehungsweise nicht glaube, dass wir wirklich hier in Sicherheit sind. I don't know. Aber vielleicht kann mich mein Gefühl auch täuschen. Wer weiß. Wer weiß. Von daher, Freunde. Seid gespannt auf den nächsten Life is Strange Part. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Abonniert den Umlautmann. Danke an die Elite-Umlaut-General-Member. Basti the Dark Empire, Cybix Games, Maria, Klein Dampier, Sven Semann und Florian. Und natürlich auch an alle anderen, die auf diesem Channel aktiv sind. Vielen lieben Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Rude. Rude.